An der hinteren Bahnhofsstrasse, direkt beim Bahnhof in Lachen, befindet sich das Restaurant Typisch Thai, wo wie der Name bereits verrotet, thailändische Spezialitäten auf der Speisekarte hat. Aber das ist bei weitem noch nicht alles, was Typisch Thai ist. Bei mir der Inhaber Lukas Brüschweiler. Mit dem Typisch Thai hat Ihr ein Stück Thailand nach Lachen gebracht. Jawohl, nach langjähriger Asienreise bin ich zurückgekommen in die Schweiz mit meiner thailändischen Frau und versuche hier in Lachen die thailändische Gastfreundschaft weiterzubringen an die schönen, lieben Schweizer. Wie verwöhnen Sie Ihre Gäste auf kulinarische Ebene? Wir haben hier bei uns im Restaurant, wie der Name schon sagt, typisch thailändische, authentische Küche. Wir verwöhnen Sie hier bei uns im Restaurant, Sie können auch das Essen mit Hause nehmen oder wir bringen es Ihnen auch zu Ihnen Hause als Partyservice. Bei euch ist nicht nur das Essen typisch Thai, sondern die ganze Atmosphäre. Das ist richtig. Wir versuchen hier im Typisch Thai, für die Leute, die in Thailand waren, wieder Thailand in die Schweiz zu bringen. Mit unseren Dekorationen, die wir hier haben und mit der Atmosphäre, die wir hier im Typisch Thai überbringen. In einem liebevoll ausgestatteten Lokal mit kulturell authentischem Ambiente werden Sie mit original thailändischen Spezialitäten verwöhnt. Es wird in Originalschärfe gekocht, aber auch gerne auf Ihre Wünsche eingegangen. Am besten kommen Sie vorbei und geniessen die kleine Reise nach Thailand. Ihre City Guide, Karin Gehrig.